Fotos und Videos per Kabel an einen PC übertragen. Am Beispiel der Samsung NX1. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Kamera als Wechseldatenträger anschließen, um Daten auf Ihren Computer zu überspielen. Achten Sie darauf, dass Ihre NX1 ausgeschaltet ist. Schließen Sie Ihre Kamera mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabel an einen eingeschalteten Computer an. Schalten Sie nun Ihre NX1-Kamera ein. Verwenden Sie als Betriebssystem Windows 7 oder höher, erfolgt die Erkennung der NX1 und die Installation der notwendigen Treiber in der Regel automatisch. Wählen Sie Ordner öffnen und nachfolgend die Ordner DCIM und Foto aus. Bitte beachten Sie, dass die Installationsschritte bei anderen Betriebssystemen abweichen können. Sie können sich die aufgenommenen Fotos und Videos direkt anschauen oder erst auf Ihren Computer kopieren. Bevor Sie die Verbindung zwischen Ihrer Kamera und dem Computer trennen, vergewissern Sie sich, dass kein Datenaustausch mehr stattfindet. Der Datenaustausch ist abgeschlossen, wenn das Statuslämpchen an Ihrer NX1 nicht mehr blinkt. Klicken Sie unten rechts in der Taskleiste des Computerbildschirms auf das Symbol zum sicheren Entfernen von Hardware. Bitte beachten Sie, dass die Vorgehensweise bei anderen Betriebssystemen abweichen kann. Die USB-Verbindung kann nun getrennt werden. Schauen Sie sich auch unsere anderen Tipps und Tricks-Videos zum Thema Systemkamera an.